Das machen sie untereinander aus, es gibt dann draußen Getränke. Die wünscht ihr was, Runde, Herr Stolz? Jawohl. Sie sind ein bisschen tatschi heute. Ja, weil Sie neben mir stehen. Zum vierten Mal habe ich Ihre Hand auf meiner Schulter. Aber ist ja okay. Dass Sie das stört, finde ich jetzt aber spektakulär. Wir sind ja großzügig in Annäherungsversuchen. Wir werden, und damit verbinde ich jetzt auch gleich einen Wunsch an die nächste Bundesregierung, ganz...